Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu die Stunde Null, Command & Conquer Generals. Generäle, wir haben die erste Mission der Chinesen hinter uns gebracht, können das noch löschen und die zweite beginnen. Und was ist jetzt mein Auftrag? Hä? Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Aufpassen. Es kann gut sein, dass uns die IBG angreift, weil wir den Krieg erklärt haben. Oh, achso. Da war ja was. Die erste Mission war ja grausam. Ja, da schreien die Selbsthortattentäter, die hier nur noch komische fahrende Bomben sind. Aber man hört es ja deutlich. Überfahren, ne? Ja gut, das ist eigentlich kein Problem, ne? Wird Gatling geschützt? Oh, das ist schon ein größeres Problem. Das ist nicht so schön. Ja, eklisch. Sie wollen zum Hauptreaktor. Wir müssen ihn verfeinigen. Nö. Tja, selber schuld, wenn den Krieg erklärt. Was war die Kommandosentrale? Und nun? Neutronengranaten. Unser was? Wir speichern erstmal, damit wir das nie wieder sehen müssen. Ich habe keinen Bulldozer. Okay. Geil. Ich kann mich ja gar nicht erinnern an diese Mission. Ja, toll. Moment, was ist das denn? Boost 1. Die gewählte Einheit. Das ist ursache vorübergehend mehr Schaden. Wow, das kannte ich gar nicht mehr. Habe ich wohl auch noch nie wirklich eingesetzt. Muss ich die selbst aufstellen? Ne. Atomrakete laden. Na gut. Ähm, ich bin genau in der Mitte der Karte. Das ist ja die perfekte Position. Elf Minuten noch, dann kommt die Verstärkung. Und bis dahin wüsste ich gerade nicht, was ich tun soll, außer zu warten. Ah, und da kann ich noch was einnehmen. Vielleicht lohnt sich das. Aber vorher brauche ich dann noch das. Hoffentlich lohnt sich das. Für mehr als nur eine Artillerie. Und den Bohrturm, der gehört schon mir, ne? Immerhin bekomme ich da ein bisschen Geld. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht, was ich sonst bauen soll. Ich habe ja nicht mal eine Waffenfabrik. Das ist ganz doof. Ich schicke die mal direkt hier rüber. Und weiß ja nie. Und dann muss ich es nochmal aufladen. Das ist keine sehr große Karte. Könnte auch schnell gehen, die Mission. Muss es nur durchstehen. Und vielleicht noch herausfinden, was die richtige Strategie ist und wo sie vor allem angreifen. Hier zum Beispiel bin ich jetzt ein bisschen eher weniger geschützt. Aber hier ist ja auch überall Hügelland. Da sollten die nicht so direkt angreifen. Eher hier oben rechts. Und hier unten. Dann hier unten links. Oh, wo wir da gerade von reden. Okay, die wechseln die Position. Gut, mehr sehe ich jetzt erstmal nicht. Also Rückzug. Ja, wir können eigentlich da reingehen. Bleibt schön da, wo ihr seid. Ich habe keine Veranlassung, irgendwie aktiv zu werden. Aber ich könnte noch dafür welche bauen. Ich habe nämlich zwei ganze Nachschublager, wie ich gerade sehe. Das ist doch mal was Schönes. Ausnahmsweise. Ich weiß nicht, ob ich Geld irgendwie aufheben soll. Das hört sich doch gut an. Aber ich habe gerade keine Einheiten dafür, die ich da abstellen könnte. Ah ja. Ja gut, das sind nur solche. Soll ich probieren? Ich kann auf jeden Fall vorher mal speichern. Und dann gehen wir mal los. Das schafft das Gatling-Geschütze allein gegen ein paar Infanterieeinheiten. Kein Problem. Da habe ich jetzt wenig Sorge. Muss ich alle drei jetzt irgendwie erobern oder retten? Oder reicht es, wenn ich nur eins erreiche. Tolle Artillerie. Nein, da kommt was Grünes. Ihh. Da bin ich ja ganz schlecht. geschützt. Geschützt. Fällt mir gerade mal auf. Und wo will er hin? Er geht einfach mal weg. Der hat keinen Bock mehr. Mal gucken, ob er eine Chance hat gegen so ein Ding. Mehr oder weniger. Hä? Wo ist denn der Panzer, der dabei war? Ist der kaputt? Interessant. Interessant. Haben die den da von da oben erwischt oder wie? Oder war er... Er ist schon da, glaube ich. Der war am schnellsten. Gut, aber die lassen das jetzt in Ruhe, hm? Oh, die schaffen das in... Hä? Waren da Springfallen? Wir waren doch nicht nur zu viert. Ich bin sehr verwirrt. Aber ich gehe mal weiter nach unten, würde ich sagen. Gehört das jetzt wieder mir? Ich glaube nicht. Sekunde mal. Kann ich das... einnehmen? Da bin ich auch wieder schlecht aufgestellt. Ich weiß. Jux. Ich kann den nicht mehr reparieren, weil ich kein... gar nix. Kein Bulldozer. Äh. Lasst euch nicht überfahren, sondern schießt mal. Das ging ja gerade nochmal gut. Ich müsste mehr bauen. Ich habe doch genug Geld eigentlich. Ich denke halt, ich brauche das später noch. Von allen Seiten jetzt schon. Toll. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Denkt man das irgendwas? Eigentlich nicht. Nur wenn ich normale Infanterie bauen würde. Was ich ja nicht tue. Tja, das war es langsam mal mit der Artillerie. Kann ich mit dem was anrichten? So eher nicht, wenn da bewegliche Objekte sind. Vorsichtig überfahren lassen. Uh, das war knapp. Geht da mal hin. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Und dann noch ein paar Einheiten dazu. Oh ja. Gut. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Hauspost irgendwie erledigen muss. Ich warte einfach ab. Bis die Verstärkung da ist. Das kann ich ja bestimmt später noch machen. Das sieht gar nicht gut aus. Na, also jetzt kann ich doch mal was Gescheites. Das hier, das hier. Streuminen lohnen sich hier wahrscheinlich sogar. Und das war's. Aber ohne Kommandosentrale kann ich das ja gar nicht einsetzen. Geil. Nein. Hört auf, der Mist. Oh, Gatling-Geschütze. An der Stelle. Aber ich hab keine. Ah, was ist das? Ach so, Motorräder. Ich dachte gerade, das ist ganz schön schnell. Aber die halten dafür ordentlich viel aus. Bleibt doof, wenn man nichts reparieren kann. Und überhaupt nichts machen kann. Mal sehen, ob ich noch einen ordentlichen Stützpunkt bekomme. In vier Minuten. Oder nur schwache Verstärkung dazu kommt. Ja, ich hab schon in der letzten Mission und schon früher Raketentrupps zu schätzen gelernt. Spätestens seit Mission 4 der USA. Schwarze Gold. Immer wieder muss ich an sie erinnern, weil die so übelst schwer war. Richtiges, exemplarisches Beispiel jedes Mal für eine schwere Mission. Immerhin hat sie Kaserne überstanden, den ersten Angriff. Aber die Waffenfabrik wäre mir lieber gewesen. Was bringt mir in dieser Atomreaktor überhaupt nichts, oder? In Deutschland selber schuld, dass sie die Kerne abgeschafft haben, sag ich mal. Also so, Skorpionpanzer haben da übelste Probleme gegen meine Raketentrupps. Noch steht's rum, aber nicht mehr lange. Stet zu befürchten. Geht ihr mal hier oben noch hin? Ach, die haben ja noch sowas. TNT-Angriff. Ist das sowas wie C4? Glaub nicht, dass ich das jemals schon mal eingesetzt habe. Interessant, dass es das gibt. Die Artillerie ist schon mal futsch. Und wo wollen die jetzt denn? Ah, ja. Zu mir. Können mich, glaube ich, auch gar nicht überfahren. Die haben schwachen Zweirädern. Oh nein, Chemitraktoren. Schnell, schießt schnell. Rax. Da brauche ich ein bisschen Verstärkung, würde ich sagen. Kommt erst mal auf der Seite was. Dann habe ich ja noch die. Da wird man echt mal gezwungen, mit Infanterie zu arbeiten. Sobald sie stehen, dann wirken die Raketen auch. Aber wenn man läuft, dann sind Raketen total unwirksam. Roamings waren zu teuer. Sieht auch erst mal ganz solide aus. Berteidigungsarbeit hier. Eine Minute noch und 14 Sekunden. Das war dreist. Einfach mal den Atomreaktor angreifen. Neben meinen Berteidigungseinheiten. Stillgestanden. Das waren noch Zeiten. Klingt ganz witzig, wenn man nicht selbst da war. Mach mal was. Der schießt ja irgendwie nie, oder? Ich muss mal wechseln darauf. Vielleicht lohnt sich das ja wirklich. Ich habe nicht ganz gecheckt, wofür das eigentlich gut war. Was macht der für Faxen? Ich sehe nicht ganz, was der vorhat. Schieß mal da drauf. Mach dich mal nützlich. Dummes Ding. Ausnahmsweise mal 13 Sekunden. Sieht doch gut aus. AP 2, ja. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders nennen sollen. Na gut, das haben wir zweimal. Boing. Schön, dass man hier sieht, dass hier eine Einheit ist. Dass das so schattiert wurde. Das ist mir gar nicht einfach aufgefallen bisher. Ich habe es einfach so hingenommen. Verspärkung. Mit Helixen. Gut. Aber nicht, dass die nichts geladen haben. Aber es wäre schön, wenn ich die behalten dürfte. Die haben auch schöne Propagandatürme. Die haben wir schallen. An Bord. Aber ich glaube, die lassen wir. Genau. Toll, es hat sich ja gelohnt. Ein Panzer, ein Schwachen. Ja, geil. Ist das jetzt wirklich alles? Kein Bulldozer? Oh doch. Endlich. Jetzt geht's ab, Jungs. Wo stelle ich das hin? Ich brauche irgendeinen sicheren Platz. Ich habe viel zu wenig Platz. Jetzt habe ich viel zu viele Raketentruppen gebaut, glaube ich. Jetzt habe ich kein Geld mehr für was anderes. Toll. Na gut, die sollten auch nicht so viel haben. Aber ich darf die Hubschrauber verwenden. Sehr schön. Ich habe befürchtet, die fliegen wieder weg. Was haben die hier? Napalbombe. Und so eine verbesserte Gettlekanone scheinen die auch schon zu haben. Geht da mal irgendwo hin, wo ihr auch schnitzig machen könnt. Ich habe nicht irgendwo sich hinten in der Heimatfront verstecken. So. So. Oh ne. Du nicht. So, das steht. Brauche ich irgendwas? Das würde ich schon machen. Schwarzen Napalm brauche ich nicht. Leider wieder keine Overloads. Also ich muss es wieder auf die altmodische Tour machen. Im Moment habe ich ordentlich Geld, aber ich habe ja immer nur einen Bohrturm. Das heißt, das Geld wird gleich ganz schnell alle werden. Die greifen aber auch echt sehr moderat an, muss ich ja sagen. Für den Schwierigkeitsgrad schwer hätte ich da mehr erwartet und befürchtet. Flap, flap, flap. Das kostet doch auch Benzin. Bäh. Ja, das sind zwei Chemitraktoren. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Man greift die ja nicht mal an. Also. Und jetzt geht es los hier mit der Produktion. Solange ich noch ein bisschen Geld habe, baue ich auch. Aber so viel wird das ja nicht sein. Und das eigentliche Ziel ist ja, was ich habe. Wohl, hier diese drei Horschprosten zu übernehmen. Damit man Luftunterstützung wieder bekommt. Benichten sie alle IBG-Einheiten. Haben die noch richtigen Stützpunkte hier? Fällt mir gerade auf, dass ich da ein paar abstellen könnte. Weil da grad ziemlich leer geworden ist. Oh, natürlich kommen schon wieder Chemitraktoren. Na also. Kriegen die auch so hin. Ich hoffe mal in der nächsten Mission kann ich endlich Overlords bauen. Und dann bin ich endlich mal überlegen. Also so technologisch schon. Im Moment sind wir vielleicht gleichgestellt. Chinesen und Terroristen. Was hat der jetzt vor? Ja, nicht schlecht der Hubi. Der Hubi, genau. Der Heli. Heli. Der hat dieselbe Stimme wie Dr. Trex. Das ist ja ungünstig gewählt, finde ich. Wie soll der dieselbe Stimme wie Dr. Trex? Der gibt gar keinen Sinn. Dr. Trex ist von der GBA. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Eilt euch mal hier mit der Produktion. Oh, das geht jetzt gleich alle übrigens. Da muss ich echt mal angreifen. Hoffentlich nicht versauen. Ich kann ja mal mit den Helis vielleicht Helixen. Solange keine Feelingsgeschütze rumlauern. Nehme ich die doch mal alle mit. Unter zwei. Und probiere mal ein bisschen so vorwärts zu kommen. Glaub nicht, dass die Mission sonderlich Schwierigkeiten bereiten wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Geballte Helix Power. Oh nein, die können mich angreifen. Machen sie aber nicht. So, jetzt wollen wir mal sehen. Nicht aufhören. Erstmal auf die. Bevor die nerven. Die sind aber nicht so schnell wie die Super Hubschrauber von den USA dann. Das ist auch klar. Ich bin dein Boss, ja. Vorsicht. Trifft der mich oder ist das Haus im Weg gewesen? Das sah interessant aus. Gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch irgendwie einnehmen muss. Wir gehen mal weiter im Track. Da oben kommt was. Ach so. Solange da nicht irgendwie Raketentruppen rauskommen. Die werden sich doch mal irgendwie hier behaupten können, ohne dass ich mal hingucke, oder? Ach so, da ist ja noch mehr Zeug. Ah, da ist ein Waffenhändler. Das sehe ich jetzt erst. Einheit verloren. General, IBG-Einheiten attackieren die Bunker. Oh. Die sind echt weit gekommen. Das sehe ich jetzt erst. General, IBG-Einheiten greifen das Atomkraftwerk an. Ja, ist gut. Haben wir schon geklärt hier. Hier lassen wir sie gar nicht erst rauskommen. Na ja, wenn sie es schaffen, schaffen sie.